Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit, ohne ein Parfümpröbchen, Les Plaisiers, Nature von Ives Rocher für deine Frau? Die bekommt von mir kein Parfüm, die kriegt höchstens mal eine Liste, was mir stinkt. Heute ist Weltdufttag. Ich brauch kein Deo, bei mir wirkt achtmal Bier. Also, ich würd mich freuen, wenn mein Freund mir heute ein Parfüm schenken würde. Was nimmt denn jemand wie du? Öl de Toilette? Einmal die vier und eine Dose Axt-Dry-Deo-Spray Dark Temptation. Momentchen mal bitte. Stefan, zu dir wird ja ein Duft von Boss passen. Weil ich ein Cheftyp bin? Nee, du siehst aus wie Hugo. Also, kein Promi hat übrigens mit seinem Parfüm so viel verdient wie Jennifer Lopez. Wir sprechen hier von ca. 50 Millionen Dollar. Das kam wahrscheinlich so, dass ihr Freund ihr keins geschenkt hat und dann musste sie sich selbst eins machen. Anke, du bist ja wie ein schlechtes Parfüm. Wieso? Man ist froh, wenn du verduftest. Ach, mach 2.112,50 Euro, sammeln Sie Patchouli-Punkte, haben Sie eine Eskader-Card oder sind Sie im Jean-Paul-Gaultier-Club? Das heißt Goutier. Ich dachte Jean-Paul. Toll! Dankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.